Auto-Wärmung! Auto-Wärmung! Äh... Ich brauch mal Hilfe, ich bin über die Treppe gestolpert. Slapstick! Slapstick! Wo bist du denn? Bist du jetzt hier unten? Unten am Schock, roter Container. Nein, nein, ich suche die erste Plattform. Wer hat denn da gerade? Pfff! Basti, die über der Handschale auch gefunden? Das ist eine miese Falle, geht doch nicht so. Doch, ihr müsst diese scheiß Waffe da aufheben, die da so blöd liegt, glaub ich. Hier oben liegt eine MXSW direkt vorne an der Treppe. Wenn du langsam hochgehst, könntest du die wahrscheinlich aufnehmen. Ich glaub, die war das, die da so blöd liegt. Helf mal, helf mal, Erik Mecher. Mach kurz meine Waffe weg. Was? Warte, 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 warte. Nein, Basti macht schon. Siehst du sie? Ja, ich... Lauf mal lang. Lauf mal lang. Los, lauf. Ich geb dir... 14 Dollar. Äh, Euro. Was? Wieso bist du jetzt? Wir sind auf der ersten Stufe. Aber barfuß. Jetzt liegt der da rum. Nimm ihn weg. Mal gucken, ob ich jetzt überlebe. Sag ich dir das ja? Nein! Hahahaha! 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 Wenn du weiter, ein bisschen weiter rechts, rechts, rechts laufen, rechts laufen. Und von rechts an den Stein. Oh, oh, er bewegt sich. Oh, er fährt wieder runter, jetzt kannst du mich holen. Ich muss schnell handeln, denn der war gerade mit dem Bauch zu sehen. Aber das hat ihn nicht, äh, ja, nicht gejuckt. Oh, 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 oh. Hahahaha! Hahahaha! Ehh, okay, der steht? Jetzt oder nicht? Ich war gemütet, ob du eine Rakete hast. Ich hab dort zwei. Guck im Rucksack. Ah, ich hab aber keine Dings dabei gerade. Ich hab meine gerade weg gemacht, damit ich schnell zu dir komme. Warte. Hol mich hoch. Alter. Oh bitte komm, leg dich auf den Kopf, du scheiß Ding. War das ja lustig. Ja. Ja. Das war noch mit Malaki. Ach übrigens, nur folgendes Info, Bohemia hat das Desi Studio geschlossen, ne? In Bratislava. Nachdem zwei Leute zurückgetreten sind, haben sie alle restlichen Mitarbeiter entlassen. Und den, ne? Ich glaub, der hat sich verfahren. Und ich hab vorhin Nachrichten geguckt, Min Jung hier... Links, links, links. Min Jung ist, äh... Oh mein Gott. Ich weiß keiner richtig, ob er am Leben ist oder nicht, aber der ist irgendwie in Süd... Süd, äh, Korea heißt der? Ne, nicht Südkorea. Ne, sind die vorher rausgesprungen? Die haben sich vorher rausgefallen. Ne, die sind rausgefallen. Markierung. Abgeschossen. Abgeschossen. Yes. Das war... Ich hab's nie noch gesehen. Oh Leute, ey, ihr macht nicht Freddy. Hat der Chat euch abgeschossen? Oh nooo. Eine Rakete war's auf jeden Fall. Ja, dann war das die Rakete von sich. Auf Norden. Der Typ von der Chat, nach vorne weg. Daniel, hast du uns abgeschossen? Ja. Ja. Dafür machen wir wohl wieder, wenn du auslässtco fährst... Tschüss... Vielen Dank.